Hallo, ich bin der Peter und ihr seid bei Löwenzahn. Das ist natürlich gelogen. Klingt komisch, ist aber so. Nein, ich bin der Nico und ihr seid bei mir auf dem Kanal der Posterfuchs. Ich habe hier in der Kiste in meinem Bruchjahr das allererste Mal Perlhuhneneier und die sind bei Tag 7 und da ich keine genaue Anweisung habe, wie man Perlhuhneneier ausbrütet, halte ich mich da ein bisschen an die Hühnerbrut und bei Tag 7 müssen wir das erste Mal Eier schieren. Wenn ihr das sehen wird, bleibt dran. Jetzt geht's los. Also, machen wir die Kiste auf. So. Und dann kippen wir mal die Kamera ein bisschen. So. Da seht ihr die ganzen schönen Eierchen. Und hier habe ich schon mal meine übliche Brühe pro Jahr Skilampe. Und ihr seht die Eier sehen schon mal ein bisschen anders aus. als Hühnereier. Ich mach mal ins hier. Das ist, äh, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen spitzer als ein Hühnereier. Natürlich auch kleiner. Und wir gucken mal, ob wir das jetzt geschiert kriegen. Dafür machen wir erstmal ein bisschen weniger Licht, damit wir mehr Kontrast haben. Und dann geht's auch schon los. Gut. Dann wollen wir uns mal die Eierchen vornehmen. Schieren muss ich ja immer am runden Ende hier. Und wir wollen mal sehen, ob wir die Eier hier, so. So. Ja. Ja. Sie haben eine eindeutig festere Schale. Man muss schon sehr genau hingucken. Aber hier kann ich, könnt ihr das sehen? Hier kann man Adern erkennen. Sehr schwach. Aber man kann sie erkennen. Nehme ich mal als gut hin. Nummer 2. So. Das sieht mir, wie eine Blimse aus. Die nehme ich raus. Die nehme ich raus. Da packe ich mir mal in eine Eierkiste hin. Und da packe ich die Blimsen rein. So. Wie sieht's bei dem aus? Hier würde ich sagen, die sind. Das zu erkennen. So. Das hier. Auch blind. Das hier würde ich jetzt auch aussortieren. Bei dem. Schwierig. Das lasse ich mal drin. Die sind wirklich sehr, sehr dunkel. Kann ich so. Könnt ihr es erkennen? Hier ist die Luftblase an dieser Stelle hier. Nehme ich raus. So. Tja. Das hier ist auch eine Blimse, würde ich sagen. hier ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt aber ich erkenne da tatsächlich ein paar ein paar adeln also lassen sie bei dem würde ich auch sagen ist was drin das ist das sieht nicht so gut aus also weg. Das ist auch nicht tüffig. Das auch nicht das auch nicht Das ist schlecht zu sehen hier. Das lasse ich mal mit drin. Hier sind Adern zu sehen. Könnt ihr das sehen? Man kann es erkennen auf der Kamera hier. Ich versuche es mal. Hier sind Adern zu erkennen. Ok. Hier sind auch ganz leicht Adern zu erkennen. Ich weiß nicht ob die GoPro das hergibt hier. Ja bei dem ist wieder schwierig aber ich glaube das ist ok. Das würde ich sagen ist eine taube Nuss. Hier sind ganz eindeutig. Das ist bis jetzt das beste was ich erkennen konnte. Ganz eindeutig zu erkennen. Hier sind auch ganz eindeutig Adern zu erkennen. Hier auch. Ok. Jetzt kommen wir offensichtlich in einen Bereich wo gut ist. Hier sind auch Adern zu sehen. Sehr gut. Nachdem wir so viel ausutieren mussten. Die nächste ist wieder ein Blindfisch. Ja bei dem ist schwierig. Lass ich drin. Ja es ist sehr verschmutzt aber ich denke da ist was drin. Bei dem hier. Eher nicht. Eher nicht. Ich denke das ist ein Taubenus. Bei dem. Hm. Schwierig. Ich lasse es mal drin. So hier sind eindeutig Adern. Das konnte man schnell erkennen. So bei dem. Wenn die so ein bisschen verschmutzt sind außen ist es manchmal ganz schwierig zu erkennen. Deswegen lasse ich das jetzt auch noch drin. Ja wenn die so sehr hell sind so wie das hier leuchtet ja wie so eine Nachttischlampe. Die sind Blindfische. So was haben wir denn hier. Hier ist was drin. Ich drehe es mal so zur Kamera. Könnt ihr das jetzt sehen. Da. Da bewegt sich sogar was. So da ist er. Okay. Der ist gut. Hier ist auch was drin. Da ist. Tag 7. Schwierig zu erkennen. Die Eier sind auch wirklich sehr sehr dick. Ich würde sagen hier ist auch was drin was sich bewegt. Ja und hier seht ihr wie er leuchtet wie das ganze Ei blind. So hier ist wieder so ein Blinder. So bei dem schlecht zu sagen lass mal drin. Wo ich mir nicht sicher bin lass ich einfach drin. Bei diesen kann ich mir sicher sein das ist nix. So bei diesem hier bewegte sich irgendwas. Aber ich denke das ist einfach nur das Eigelb was hier hin und her wabbeln hier. Ja das ist nix. So der letzte. Und der letzte ist auch eine Taubenuss. So sieht es nur aus. Wie viel haben wir denn jetzt hier. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Eier haben wir jetzt noch ein guter drin. Wir packen sie mal ein bisschen mehr zusammen hier. So machen wir die Brüder jetzt auch gleich wieder zu dass er weiter gudeln kann hier. So jetzt nur mal gucken wie viele haben wir jetzt aussortiert. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 haben wir aussortiert. Ja gut. Nicht ganz die Hälfte aussortiert. Für das erste mal ist es okay. Denke ich mal. Ich habe mir auch gar nicht viel erhofft da. Ich habe gelesen. Perlhühner sind eigentlich erst ab 2 Jahre geschlechtsfrei. Vielleicht sind da junge Hennen bei. Die noch nicht ganz fertig sind. Junge Hähne vielleicht bei. Ich habe mir die ja erst im Herbst gekauft. Und mal gucken was wir jetzt aus diesen 22 rauskriegen. Also ich wäre schon total happy wenn wir von diesen 22 Eiern die wir drin haben. 10 Kücken. Das wäre geil. Das wäre ein richtig geiles Ergebnis. Ich habe ja schon eine Naturgut Klocke zu sitzen gehabt. Da gibt es auch noch demnächst ein kleines Video zu. Ihr wisst in den Shorts habe ich euch schon gezeigt dass sie zwei kleine Küken unter habt. Da gibt es aber noch ein kleines Gesamtvideo. Mache ich noch. Kommt demnächst auch. Aber jetzt heute erst mal hier Tag 7 mit der Perlhühnerbrut. So ist der Stand der Dinge. Die Brut geht ja jetzt noch 21 Tage. Der ist ja ein bisschen anders wie bei der Hühnerbrut. Bei der Perlhühner geht die 28 Tage. Und bitte Leute an alle die da draußen schon Perlhühner haben. Und vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung als ich. Ich habe nicht so gut wie gar keine Erfahrung mit Perlhühnern. Bitte in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht auch mal wie ihr gebrütet. Temperaturen und Luftfeuchtigkeit und so. Was ich heute vielleicht sogar schon verkehrt gemacht habe. Komm knallt mich zu mit Kritik. Kein Problem. Kann ich mit umgehen. Ich will ja dazu lernen. Weil im Internet findest du nicht viel zu den Bruttemperaturen. Jeder sagt hier was anderes. Und ja. Jetzt geht es erstmal weiter. Wenn es euch gefallen hat. Mal wieder. Lasst mir gerne einen Daumen da. Entschuldigt heute meine Stimme. Ich bin leicht erkältet. Also ein bisschen. Gestern hatte ich gar keine Stimme. Aber. Ja. Das soll es für heute gewesen sein. Vergesst nicht den Abo Button zu drücken. Wenn ich es noch nicht getan habe. Denn. Über 80% meiner Zuschauer haben den Abo Button noch nicht gedrückt. Also. Leute. Komm. Einmal drauf drücken. Kostet euch kein Geld. Ihr unterstützt meine Video Arbeit. Also. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Bye bye.